Wenn du nicht an Gott glaubst, überspringe dieses Video sofort. Aber wenn du Gott liebst und an ihn glaubst, höre mir aufmerksam zu, denn du wirst gesegnet werden und von Gott eine Antwort für dein Leben erhalten, die dich sehr glücklich machen und dein Leben komplett zum Besseren verwandeln wird. Du wirst sehr gesegnet sein durch meinen Sohn. Um zu bestätigen, dass dieses Video für dich ist, teile es auf WhatsApp. Und die erste Person, die erscheint, ist jemand, den du wirklich schätzt. Mein Sohn, ich habe dein Leiden gesehen, aber ich werde dich niemals verlassen und deine Geschichte auf dieser Erde verändern. Dein Segen kommt und wird all dein Leiden belohnen. Wenn du an Gott glaubst und damit einverstanden bist, von mir gesegnet zu werden, hinterlasse dein Amen in den Kommentaren und folge mir jetzt, um mit mir in Verbindung zu treten. Dieses Video ist nicht zufällig zu dir gekommen und du wirst sehr gesegnet sein und all dein Leiden wird sich lohnen. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, vergiss nicht, mir zu folgen, dieses Video zu liken und zu teilen mit denjenigen, die du liebst, damit mehr Menschen mein Wort hören und gesegnet werden können. Vielen Dank. Vielen Dank.